Hallo und Jona, herzlich willkommen zum Heimspieltagsinterview vor unserem Heimspiel gegen den SC Freiburg und bei uns heute zu Gast als allerletzten Spieler, Morten Thorsby. Hallo. Hallo. Morten, schön, dass du bei uns bist. Du bist tatsächlich der letzte Spieler von unseren Neuzugängen in dieser Saison. Ja? Ja, alle anderen waren schon dran. Weiß ich auch nicht. Haben wir uns das Beste aufgehoben bis zum Schluss. Ja, alles klar. Morten, schön, dass du bei uns bist. Ja. Ich starte mit, sodass wir ein bisschen locker wären, starte ich mit fünf kurzen Fragen. Okay. Lieblingstier? Was ist Tier? Animal. Oh ja, okay, Animal. Lieblingstier? Geopard. Ja? Ja. Warum? Ja, ich finde es so schnell, eine schöne Bewegung. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Hast du, habe ich noch, habe ich schon mal einen gesehen? Geopard, ist das in Deutsch? Geopard oder Leopard? Ist das dasselbe? Geopard. Nein, ist nicht dasselbe. Leopard ist die, in the, in the, in the trees goes, ma Geopard ist es schneller. Okay. Gucken wir noch mal nach, aber ich habe noch nie einen gesehen. Geopard. 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 Okay. Geopard, okay. In welchem Land hast du am liebsten gelebt? Ja. In der Winter nicht, aber in der Sommer ist es sehr schön. So, mein anderes Land, also ich nicht, ja, Kanada finde ich schön. Schön. Ja? Ja. Warst du da schon mal länger? Schöne Natur, nein, noch nicht, aber die Natur da ist sehr schön. Ja, gut. Wie lange brauchst du morgens im Bad? Fünf Minuten. Ja? Ja. Oh, das ist schnell. Zähneputzen raus, fertig. Ja. Lieblingsstadion? Alte Forscherei ist ein schöner Stadion. Welche Sprache möchtest du gerne noch lernen? Ja, ich lerne jetzt Deutsch, das ist schön. Und Französisch, Französisch. Französisch? Französisch will ich auch lernen. Okay, du sprichst schon fünf Sprachen? Ja, ich spreche schon fünf Sprachen. Und Französisch ist auch, ja, dann habe ich alle die europäische, ja, wichtigste europäische Sprache. Nicht schlecht. Ja. Morten, das waren schon die fünf kurzen Fragen. Top. Okay. Aber wir machen noch weiter. Ja, ja, alles gut. Wir sind noch nicht fertig. Morten, deine Karriere hast du in Norwegen begonnen. Ja. Und hast bereits auch 2012 schon dein Debüt für eine U-Nationalmannschaft gegeben in Norwegen. Woran erinnerst du dich gerne noch zurück an die Zeit in Norwegen? In Norwegen? Ja, das ist eine schöne Zeit. Ich war noch sehr jung, 17, 18 Jahre, als ich mein Debüt gemacht habe. Zweite Liga, ne? Ja, zweite Liga. Und dann, als wir promotiert, nach der ersten Liga. Freddy Grönhoff. Hi. Ja, weißt du, wie lange das dauert? 25 Minuten. Ja, 25 Minuten. Freddy, du musst noch kurz warten. Okay. Servus. Ciao. Ja, Frederik und ich haben, wir gehen zusammen in das Auto. Ja, Fahrgemeinschaft. Ja, Fahrgemeinschaft. Ja. So, ja. Ja, immer. Immer. Ja, wie heißt es? Every day. Elke Tag. Ja. Elke Tag so. Alle Bälle. Und ja. Fragen. Morten, wann bist du? Okay, kommen wir zurück. Okay. Norwegen. Ja, Norwegen. Und ich habe mein Debüt gemacht, um 17 Jahre alt. in der zweiten Liga. war so, äh, 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 easy. Einfach? Einfach, ja. Alles war, alles war so einfach. Da mit der Schule, fünf Minuten von dem Stadion. Ich war so, ich war auf der Schule und dann spielen und dann, äh, nach Hause. Ich war alles, äh, so, ja, keine Gedanken, alle spielen und, äh, ein sehr, sehr gutes Leben. Ähm, und ja, das, äh, das ist, das misst ich ein bisschen, äh, ja, mit, so dicht, dicht bei der Familie. Ja, jetzt ist alles ein bisschen weiter weg. Ja. Ja, verstehe ich. Warst du ein guter Schüler? Ja, warst du ein guter Schüler? Es war eine Schule, weil, weil Schule und Sport, äh, sammeln, ähm, das haben wir ja einen, äh, 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 ja, die Schule, äh, das, äh, ja, da war das schwierig, umdacht ich spiel, der publicly,uffle baller warst und auch ob die Schule, äh, noch möchten gehen. So, was ist, äh, ähh, äh, gleich, äh, cooperation. Mhm, zu, also, die waren, das waren, das war, war eine Sportschule? Ja, war eine Sportschule, mal mit, äh, um, ja,ая zusammen, mit, mit, mit Starbeck, einen Deal gemacht, dass ich so, wenn ich spiele, dann muss ich nicht in die Schule gehen. Ah, okay. Hast du Glück gehabt. Ja. Aber du warst gut in der Schule oder warst du nicht so gut in der Schule? Nein, ich war gut in der Schule. Und ich habe auch die Möglichkeit, um in die Universität in Amerika zu gehen. Und da war ja meine andere Option. Wenn ich nicht Proffootballer war, dann will ich... Was hättest du da studiert? In Norwegen? Nee, wenn du sagst in Amerika? Nein, ich war nicht gegangen. Das war die Option, als ich nicht Fußballer war. Okay, aber was hättest du dann gemacht? Oh ja, dann... Ja, ich habe Ökonomie oder... Ich habe auch ein Jahr in Norwegen gemacht, die Advokatstudie. Okay. Vorfahren, um Advokat zu werden. Also da habe ich das erste Jahr gemacht. Okay. Neben dem Profifußball dann schon? Ja, ja, das habe ich gemacht, weil ich in Holland, in Niederland war. Ach so, okay. Ja. 2012, habe ich gerade schon gesagt, hast du das erste Mal für eine U-Nationalmannschaft in Norwegen gespielt. Seitdem eigentlich U16 alle Nationalmannschaften bis zur A-Nationalmannschaft durch. Ja. Was bedeutet dir das? Nein, das ist sehr schön, immer mit der Nationalmannschaft. Ich habe so viele Freunde da, dass ich noch mit kann spielen. Martin Oedegaard habe ich fünf Jahre zusammengespielt. Auch hier in Deutschland habe ich Julian, da habe ich in mehreren Jahren gespielt. Mats Daly, der jetzt in Nürnberg spielt. So viele Spiele, dass ich so viele Jahre mehr konnte spielen. Und es ist auch schön, es ist eine andere, andere Schwere in der Nationalmannschaft. Es ist auch mehr von Freunden und freundliche Atmosphäre. Das ist sehr schön. Was ist der Unterschied zum Vereinsfußball? Also was kannst du sagen, was so die Hauptunterschiede sind, wenn man zur Nationalmannschaft kommt? Noch einmal. What are the main differences between the... Ah ja, das ist wahrscheinlich, dass ja die norwegische Spiele ist, die norwegische Sprache. Und das fühlen ein bisschen nach Hause, wenn sie da gehen. Und wenn ich jetzt neun Jahre alt bin, bei Norwegen, dann meine Chance, um in Norwegen zu spielen, ist mit der Nationalmannschaft. Und meine Freunde, meine Familie, ja, immer, ja, they watch the games. Ja, schauen sie sich immer die Spiele an. Ja, schauen sie sich die Spiele an. Das ist schön. Was ist dein schönstes Spiel bei der Nationalmannschaft gewesen? Hast du da eins? Ja, ich habe ein sehr schönes Spiel gemacht gegen, nein, nicht Montenegro, aber... Bosnien? Bosnien, ja, Bosnien. Ich habe ein schönes Spiel gegen Bosnien gemacht, Ausfallspiel, da in Bosnien. Das war ein sehr wichtiges Spiel und ich habe sehr gut gespielt. Und das war so ein bisschen mein Breakthrough von der Nationalmannschaft. Ah, dein Durchbruch. Ja, Durchbruch. Du hast auch, habe ich gesehen, gegen Timo Baumgart immer ein Spiel, nur 21 Mal und zwei Tore geschossen. Ja, das war auch ein schönes Spiel, aber ja, das war unter 21. Und dann habe ich gegen Timo gespielt, zweimal. Wusstest du das noch, als du hierher gekommen bist, also konntet ihr euch noch daran erinnern? Ja, ja, wir haben über das gesprochen, ja. War er dein Gegenspieler? Nein, logischerweise nicht, weil du hast im Mittelfeld gespielt, aber hat er einen Fehler gemacht, dass du Tore schießen konntest? Nein, das kann ich nicht erinnern, aber ich habe ein sehr schönes Tor gemacht, weil ich den Ball, ja, ich weiß nicht, ob die Seite von dem Ball war oder nicht, aber ja. Ja, 2014 bist du dann das erste Mal ins Ausland gewechselt, das war in Niederlande. Niederlande, ja. Da warst du fünf Jahre, oder? Ja, fünf Jahre. Ist das ein bisschen dein Zuhause auch geworden? Ja, ich fühle, es war eine sehr schöne Zeit, eine kleine Stadt, sehr klein, aber... So wie Köpenick? Ja, bis zum Beispiel, ja. Ja, ja, eigentlich war es so klein, ein bisschen, ja, ein gutes Gefühl in einem Familienklub, ja, ein bisschen wie Union, ein bisschen wie Union, ein bisschen Familienklub, eine sehr schöne Atmosphäre, ein guter Platz, um die Entwicklung für junge Spieler. Ja, da war es so eine gute Periode für mich, ich war jung und, ja, das bleibt immer, ja, ein bisschen das zweite Haus, ja. Aber war es auch schwer für dich das erste Mal? Ja, also du sagst ja, du warst noch so jung. Ja, ich war 18, 18 Jahre und war so schnell von meiner, alles, meine Hause, meine, ja, Schule, alles, äh, weg, ähm, ja, gehen, ja, gehen, ja, und, ja, das geht alles so schnell. Und, ja, 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 es ist schwierig, ja, ihr Musst, kannst nicht, äh, auf den Fußball fokussieren, alle die anderen Dinge sind in der, in der Leben, das ist völlig schwierig für junge Spieler. Was, du, hast du, hast du dort alleine gewohnt oder warst du in so einer Wohngemeinschaft? Ja. Ja, ich war es, um allein zu wohnen. Das war meine Entscheidung. Achso, das war deine Entscheidung. Ich konnte auch mit der Familie, um allein zu wohnen. Okay, aber es ist schon schwer. Du hast dort 130 Spiele gemacht für die erste Mannschaft. Ein paar auch für die zweite Mannschaft. In den ersten zwei Saisons war es aber immer wieder phasenweise, so ein paar Spiele am Stück, wo du ohne Einsatz im Kader warst. Ja. Was macht das? Wie geht man damit um als Spieler, dass du immer, du machst zwei Spiele und dann bist du wieder vier Spiele raus, dann machst du wieder zwei Spiele. Also wie geht man damit um? Nein, es ist schwierig. Das war eine andere Periode meiner Karriere. Ich war jung, ich war immer bleib, wenn ich ein Spiel spiele. und es war auch logisch, dass nicht alle Spiele spielen. Ja. Ja, aber das ist immer schwierig für einen Fußballer, um so nicht in den Rhythmus zu spielen. Es ist immer so viel. Fußball ist mit Vertrauen und das ist wichtig, um den Rhythmus zu spielen. Und ja, das ist das Schwere von dem Fußball. Und ja, das war auch schwierig in dieser Periode. Und dann hast du viel mit deiner Familie dann gesprochen? Ja, ja, das ist immer wichtig mit der Perspektive und auch um gute Menschen, ja, die Familie, Freunde und meine Freundinnen da. Ja, ich bin eine, ich habe, ich bin, ist schön für mich. Ich habe mehr Interesse, nicht nur Fußball, aber auch andere Interesse. Und in dieser Periode ist es auch wichtig, um das ein bisschen, ja. Für deine Entwicklung? Für meine Entwicklung und andere auch für die Haupt. Horizont? Ja, auch für deine Kopf zu denken. Ja, okay. Also auch mal über andere Dinge nachzudenken? Ja, über andere Dinge nachzudenken. Und das ist wichtig mit anderen Interessen. Und das ist auch wichtig, denke ich, für die jungen Spieler und ja, für mehr Fußballer. Ja, 2019, fünf Jahre später, bist du dann zu Sampdoria gewechselt. Ja. Nach Italien. Irgendwie ist mir in Erinnerung geblieben, dass du, als der Wechsel bekannt war, durftest du nicht mehr in den Niederlanden trainieren. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Die letzten sechs Monate war sehr schwierig. Ich habe da gewechselt und der Klub will nicht mehr spielen. Also ich habe nicht gespielt. Und ich war mit der zweiten Mannschaft, der zweite Mannschaft und das Spiel. Ja, ist ein bisschen so, ja. Schlechte, schlechte Eind von der guten, ja, Periode da. Aber war das, seid ihr jetzt im Streit? Ja, da war es im Streit auch. Oh, okay. Das ist nicht schön. Nein, ich habe so gute Relationen mit all den Menschen und den Leuten da. Aber die Situation war irgendeine Person im Klub. Und ja, so mache ich ja eigentlich einen schlechten Eind von der guten Periode. Ja, vor allem, weil man ja, also, es ist ja klar, so ist der Fußball. Ja. Dass man vielleicht irgendwann wechselt. Also so schade wie es ist, wenn man auch lange Zeit irgendwo war. Ja. Aber es ist ja trotzdem traurig, dass man dann so im Streit auch auseinander geht ein bisschen. Ja, ja. Und das ist ein bisschen, ja, kann, ja, das ist Fußball und das kann, kann happen. Ja, das kann immer passieren. Ja, das kann immer passieren. Aber ja, ja, das ist ein schlechter Eind. Dann am Ende warst du froh, dass du in Italien warst. Ja. Am Anfang, die ersten vier, fünf Spiele, glaube ich, war es noch ohne Einsatz. Und dann hast du aber nahezu jedes Spiel gemacht. Ab und zu mal gesperrt. Ja. Weil du mal eine gelbe-rote Karte und mal eine rote Karte. Ja, ja. Wie ich gesehen. Kann gewinnen, ja. Für meckern oder für faul? Äh, ja, beides. War es mehr? Äh, ja, das ist so. Ich habe gesehen, zwei rote Karten hast du, glaube ich, bisher in deiner Karriere. Ja, ich habe zwei, zwei rote Karten. Wofür? Ja, ein, ja, zwei, ja, zwei, nein, ein direkt. Ja. Ich glaube zwei. Ah, zwei direkt. Ich glaube schon. Ja, ich erinnere dich, ein war die andere nicht. Aber ja, ich kann es erinnern. Wofür? Ja, das war ein Tackle von Latzig, der letzte Mann. Ah, letzter Mann. Okay, Notbremsen. Und ja, das ist nicht meine, ja, das ist schöne. Ja, aber das passiert. Ja, es passiert. Ist besser als für meckern oder so. Ja. Fühlst du dich so ein bisschen wie ein Italiener? Ich kann mich noch daran erinnern, du bist zu uns gekommen, es hat Giulien mir mal erzählt. Ja. Ja. Du bist zu uns gekommen, dann hat Giulien sich mit dir verabredet zum Kaffee trinken. Ja. Und dann bist du, glaube ich, eine halbe Stunde zu spät gekommen. Ja. Und dann hat Giulien zu dir gesagt, du bist eine halbe Stunde zu spät. Ja. Du hast ihm gesagt, ich dachte, das wäre so ein Richtwert. Ja, ja. Man kann dann kommen. Es ist ja ein bisschen die italienische Mentalität. Ja, es ist ein bisschen die italienische Mentalität. Und ich muss sagen, es ist schwer, ich komme nach Italien und dann in Deutschland. Das ist zwei, das ist Nord- und Südpol. Ja, es sind zwei verschiedene Kulturen. Aber ja, für mich ist es auch sehr, ja, schön um diese Kulturen, um das ein bisschen zu leben. Ich habe drei fantastische Jahre in Italien gehabt. Das ist sehr schön. Und die Fußball-Darien, die Kulturen, die Menschen ist sehr schön. Und ja, die Veren, alle die andere, das ist, die Essen da ist toppen. Und alles, alles ist toppen. Und ja, es war eine sehr schöne Periode. Und da auch war es ein bisschen schwierig die letzten Jahre mit vielen Problemen, ökonomischen Problemen in der Klub. Okay. Ja, das war nicht schön. Das ist ein bisschen immer die, was passiert, was passiert. In Italien ist das ja ein bisschen anders als in Deutschland. Hier ist also ein bisschen Sommer. Da kannst du auch Dinge, ja, kannst du auch, äh, 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 äh. Nicht, äh, äh, nicht, äh, 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 äh. Dass sie dir kein, kein Gehalt zahlen. Ja, und das war die, das war die Situation in den letzten Jahren. So was eigentlich gut, um einander, ja. Okay, woanders hinzugehen. Ja, woanders hinzugehen. Im Sommer bist du dann zu uns gekommen? Ja. Du bist im Trainingslager zu uns gestoßen. Wie war das, als du dort angekommen bist? Da waren ja schon alle zusammen. Ja. Alle beieinander. Und du bist neu dazugekommen. Ja, ja. Wie war das für dich? Ja, ich bin glücklich, dass ich das zwei, drei Mal gemacht habe. Ich weiß, dass es in der ersten Periode sehr schwierig ist. So viele neue Leute, alles ist Neues. Ihr müsst auch prösteren und im Fußball fokussieren. Aber es gibt so viele Dinge, dass ich nicht weiß, was ich hier machen muss. Und dann haben wir hier in Deutschland auch eine sehr starke kulturelle... Die Spieler wissen, wo das muss, aber ich nicht. Das ist immer ein bisschen schwierig. Aber nur auf dem Spielfeld? Ja, im Spielfeld ist es Taktik. Das ist von dem Trainer auch schwierig. Auch die anderen Dinge sind, wo ja alles pünktlich kommt. Was ist das? Was ist das? Nicht? Wenn es drei Uhr ist, dann ist es drei Uhr. Ja, dann muss ich da drei kommen und nicht drei, null, zwei kommen. Ja, ich verstehe. Verstehe. Du hast eine schwierige Anfangszeit gehabt. Ja. Du hast schon ein bisschen darüber erzählt. Ja. Vielleicht nimmst du uns... Ich würde trotzdem gerne noch mal darauf eingehen. Ja. Vielleicht nimmst du uns mal ein bisschen mit. Wie war die Anfangszeit für dich? Du hast Probleme mit dem Magen gehabt. Ja. Du hast dich unwohl gefühlt zum Teil. Und dann hat dein Kopf auch noch irgendwie sich mit eingeschaltet. Ja. Wie war das so am Anfang für dich? Ja, es war schwierig. Es war ein bisschen am Beginn von den letzten Jahren in Italien. Und da war, ja, wie ich habe erzählt, sehr viele Probleme mit dem Klub, mit der Ökonomie, mit alles. Und das war ein bisschen so schwierige Jahre. Und so in den Sommer keine Zeit in der Vakanz zu haben. Und das war eigentlich ein bisschen zu viel in der Periode. Und dann habe ich hierhergekommen und ein bisschen so in keine Rüstkarte. Und hier alles Neues hier. Ja. Und dann habe ich die Probleme mit dem Magen. Und ich will so viel Lattesiden. How do you say it? I want to show myself. Ja, du wolltest ja dich bezeigen, was du kannst. Ja, bezeigen, was du kannst. Und dann, wenn du dann Probleme hast, dann ist es auch schwierig für die Haut, um nicht 100% zu sein. Ja. Ja, das war sehr schwierig. Das war eine schwierige Periode. Und dann habe ich gelösslich die Probleme gefunden mit dem Magen. Und dann, ja, ein bisschen zu spät. Zu spät. Ja, zu spät. Was passiert in vier, fünf Monaten. Aber ja, es ist besser dann nicht zu finden. So, ja, das war schön im Januar, dass alles so, ja, das ist passiert. Ja, das ist ab. Und dann ein bisschen auf Neues beginnen. Ja, das ist, ja, es ist logisch, dass die erste halbe Jahre schwierig ist. Aber dann von Januari bis ich, ja, was ist viel besser. Und jetzt, ja, habe ich eigentlich eine bessere, bessere halbe Jahre gehabt. Ja, das ist so im Fußball. Und du kannst, ja, das ist auch physisch, aber auch mental wichtig und 100% zu sein. Und das ist eigentlich, ja, für alle Spiele. Was machst du, dass die mentale Physis bei dir auch, also dass es immer gut ist? Oder dass, wenn du mal schlechte Phasen hast, gibt es da irgendwas, was speziell ist? Gehst du spazieren? Ja, ich spazieren auch mit der Fahrrad, Musik und den Problemen, ja, was ich habe erzählt, ein bisschen andere, den Fokus, woanders hinzulegen. Woanders hinzulegen. Woanders hinzulegen. Und probieren meine andere Interessen, so ein bisschen, ja, sodass die, ja, es ist wichtig, um in den Perioden, um den Kopf gut freizubekommen. Ja, auf Musik komme ich gleich nochmal zu sprechen. Ja. Da müssen wir nochmal näher drauf eingehen. Die Zeit ist jetzt, die lassen wir jetzt hinter uns. Ja. Das hast du abgehakt. Ja, ja, ja. Wie geht es dir jetzt? Wie geht es dir jetzt? Nein, es geht viel, viel besser. Ja, hier ist noch in den Sommer gekommen und das macht auch die Humöre viel besser. Nein, es geht gut. Ja, ich will immer, immer viel mehr spielen und immer mehr Minuten machen. Aber, ja, das Wichtige ist, dass ihr gesund bleibt. Und dann kommen die anderen, die spielen, den Fußball. Das kommt immer um eine Konsequenz von wo ihr fühlt. Ja. Das ist wichtig. Lass uns mal noch ein bisschen, es gibt ja noch ein Thema. Ja. Also nicht nur diese psychologische Mentalität. Nicht Mentalität, diesen Fokus dann auch mal vom Fußball wegzubekommen. Ja. Du hast ja schon gesagt, gehst du gerne Fahrrad fahren und ein bisschen Musik hören. Und deinen Fokus woanders hinlegen. Einen Fokus, den du vielleicht auch noch woanders hinlegst, ist deine Foundation. Ja. Und zwar We Play Green. Ja. Wie ist es dazu gekommen? Erzähl uns mal. Wann war der Tag, wo du gesagt hast, das mache ich jetzt? Ja. Das war 2014. Mhm. Das war in die Periode vor, die 2015 war die, äh, Paris, äh, in Paris gekommen. Die, um die zwei Graden, äh, objektiv. Auf, äh, Goal. Or the Goal. Two Degree Goal. Ja. Und in die Periode habe ich sehr viel gelesen. Gelesen? Gelesen. Und ich habe so viel, ich war es in Niederlanden, ich war es in Jungen, Jungen. Und alles so gelesen. Und ich, äh, ich muss, äh, alles, äh, machen. Für, ja, alles, was ich kann. Was du dafür tun kannst, ja? Ja, was du kannst, muss ich machen. Und das, äh, hab ich, äh, eigentlich, da, die Punkt auf, die Tag, äh, ja, alles genannt, um, äh, um, äh, um es besser zu machen. Und wann, wie, was machst du beispielsweise? Also, wie gehst du das für dich persönlich an, dieses zwei Grads hier zu erreichen? Ja, ich, ich denke, das ist, äh, das ist, äh, wichtig, dass wir, ja, alles persönlich, dass ich alles persönlich, äh, probiere zu machen, was du kannst. Weil es ist sehr schwierig. Wir spielen hier in, äh, Union, wir haben einen Fußball, äh, Kalender, wir müssen, äh, in die, in die, in die Flüchte, Flüchte auch. Wir müssen mit dem Bus, wir, wir machen viele Dinge, das ist nicht gut. Aber, ich sag, wir müssen nicht perfekt sein, jetzt, aber in 20 Jahren müssen wir perfekt. Das, das, das müssen wir, äh, jeden Tag, eine, eine, Stück für Stück. Stück für Stück. Immer wieder, was noch ein, sich dahin zu bewegen, dass man besser wird. Das müssen wir zusammen, zusammen machen. Nicht so, ich kann immer, jedes Samen, die Fußballklub, die, 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 die Spielers auch. auch in den, deine, in den socialen Medien, das, das zu machen ist, auch ist wichtig für die Spielers اور, um da, um ja, die, die, die,, da 30 Jahre, so wie du sagst. Und ich denke, das ist wichtig, um positiv zu machen, nicht negativ, aber wir machen zusammen ein Positiv in der richtigen Richtung. Ja, okay, in die richtige Richtung. Du meinst mit negativ, also verstehe ich das richtig, dass du meinst zum Beispiel, es ist nicht sinnvoll, sich auf eine Straße zu kleben, weil das ist was, also damit assoziieren die Menschen. Ich begreife die Leute sehr gut. Ich habe auch das Gefühl, dass ich so viel machen muss, aber ich denke, das ist nicht der richtige Weg. Wir müssen das zusammen und alle die Leute zusammen. Ich will das in Englisch machen. Wir müssen das zusammen machen. Ja, so für mich, ich denke, es ist wirklich wichtig, dass wir, und ich sehe, diese Leute, unfortunately, nicht reagieren. Wenn Sie etwas negativ haben, Sie denken, es ist negativ. Aber ich denke, wir müssen es als etwas positive sein. Wir werden es ein besserer Welt aus. Es wird besser sein. Ich denke, wenn Sie diese Dinge machen, die Leute gehen, weil sie in diesem Moment sind wirklich... ...desperate. Und ich bin auch desperate. Ich will es, aber ich denke, wir machen es immer noch schwieriger, wenn wir es nicht zusammenfassen. Das ist das, was ich mit Wilke Green versuchen, mit Wilke Green zu machen, um dieses Message zu machen, in Fútball zu machen. Wir machen Fútball, das ist positiv. Jeder mag Fútball. Aber in Fútball zu machen, in Fútball zu versuchen, diese Message zu all den Fans in der Welt zu bekommen und zu bekommen die Spieler und den Klubs aufbord. Ich hoffe, dass wir diesen Sommer in der Union raten, was wir hier zusammen besser machen können, hier im Stadion. Und ich hoffe, das ist auch schön. Okay, also ich fasse das nochmal kurz auf Deutsch zusammen. Du hast gesagt, dass es eben nicht darum geht, etwas damit... Also man will etwas Positives erzeugen und das erzeugt man nicht, indem man ein negatives Gefühl bei jemand anderen entwickelt. Und zwar, dass man das, dass man sich auf eine Straße klebt und dann sind alle Leute verärgert, weil sie nicht zur Arbeit kommen oder so. Funktioniert nicht so, denke ich. Ich denke, dass es mit dem positiven Boten gab und so kannst du Dinge verändern. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Jetzt hast du erzählt, du sprichst fünf Sprachen, du bist Profifußballer, du engagierst dich bei We Play Green. So, jetzt frage ich mich doch, wann hast du Freizeit und was machst du in deiner Freizeit? Ja, ich mache Fahrrad. Fahrradmusik. Nein, und ich habe auch einen schönen, schönen Garten. Ja, Garten. Da war ich ein Hammuk. Was ist Hammuk in Deutsch? Eine Hängematte. Ach, eine Hängematte. Ich habe eine sehr schöne Hängematte in meinem Town. Ja, wenn ich da bin, dann bin ich in meinem Hof so... Aber hier in Berlin? Ja. Ach, nicht schlecht. Ja, nein, nein, es ist sehr schön. Sehr schön. Und so, da kann ich... Und ich habe die Trees. Ja. Zwei, drei... Bäume? Bäume, so. Und grün, überall grün. Und das ist so schön. Und da, wenn ich da bin, dann bin ich mein Kopf total... Mit einem Espresso? Nein, nein, kein Espresso. Da mit dem Tee. Ah, Tee? Ja. Oh, okay. Das erwundert mich jetzt. Ich dachte eher Espresso wegen Italien. Nein, Espresso in dem... Ja, ich kann es nicht, Espresso trinken. Na, auf vier, vier, vier Uhr, auf drei, vier Uhr. Dann kann ich nicht schlafen. Ach so. Wenn ich ein bisschen Hand mache, den Abend. Ja, das geht mir genauso. Ja, ja, ja. Kann nur morgens zwei Kaffee trinken und dann ist es vorbei. Ja. Muss gleich nicht schlafen. Jetzt komme ich nochmal zum Gesang zurück. Ja. Zur Musik. Ja. Wir waren jetzt vor dem Spiel gegen Augsburg im Kurzwingslager. Ja. Und da hast du gesungen. Ja. Und hast uns alle überrascht. Es war Wahnsinn. Ja, war Wahnsinn, ja. Singst du gerne? Nein. Nein? Nicht viel. Was? Ja. Ich weiß nicht. Ich kann dieses, ja, das war ein bisschen, ich weiß nicht, wo das, ja. Ich mag es nicht gerne. Das ist, ja. Es war Wahnsinn. Ja. Aber ist das so die Musikrichtung, die du magst? Ja, ich finde klassische Musik schön. Ich war auch drei Mal in der Philharmonie in Berlin, um die zu hören. Und er war so schön. Und das, ja, ich mag das. Ja. Du magst es da hinzugehen? Und klassische Musik habe ich immer, immer gehört, und so, was immer Interesse ist. Aber, ja, ich kann's, ja. Ja, und dann habe ich die in den Abend getan, aber ja. Das war sehr gut. Du hast uns alle überrascht. Ja, okay. Das war sehr, sehr gut. Man überrascht in der positiven Richtung auf der negativen. Super positiv, super positiv überrascht. Morten, wenn ich richtig informiert bin, sind deine Eltern aber aus dem Wintersport, oder? Ja, ja. Was haben sie für Wintersport gemacht? Nein, mein Vater war ein Langlauf. Langlauf? Ja, Langlauf. Ja, war der Junior-Werldmeister im Langlauf. Oh. Ja, und dann hat er ein Problem mit seinem Herz gehabt, und er musste stoppen. Aber ja, was ist sehr schön, war der Langlauf. Und ich habe auch gestoppt mit dem Langlauf, nach 15 Jahren, habe ich den Langlauf in den Winter gemacht. Jetzt darfst du es nicht mehr machen, weißt du, ne? Also, ein paar Neujahr müssen wir hier mal kurz... Ja, ich muss sagen, Langlauf ist besser als Abfahrt. Ja, Abfahrt, so ist es minder gefährlich. Ja, Abfahrt darf man nicht sagen. Meine Mutter ist Abfahrt, und mein Bruder, mein Söster, mein Bruder ist jetzt in Amerika, und er hat ein Scholarship mit Abfahrt zu machen. Und meine Schwester ist jetzt in der Abfahrt, und er macht eine Kompetenz. Oh! Ja, so ist eine sehr sportliche Familie. Sportliche Familie, aber nicht Fußball, alle Wintersport. Alle machen was anderes außer Fußball. Wie kam es denn, dass du Fußball gespielt hast? Ja, das weiß niemand, warum. Aber Wintersport war gar nicht so deins? Ja, ich habe immer das gemacht. In Norwegen ist es so, dass wenn du jung bist, dann machst du viele Sport zusammen. Nicht nur Fußball, aber ich habe fünf Sport gemacht. Der Langlauf, die Abfahrt, die Fußball, die Tennis, den Golf, alles zusammen. Oh! Tag per Woche. Und dann musst du, wenn du zwölf, dörst du bist, dann musst du die Sport ein bisschen Okay, musst dich schon entscheiden. Dann, ja, ja. Ich war gut im Fußball, und das habe ich ja eigentlich entscheidend. Aber ich sage immer, dass Fußball hast, mein, Fußball chose me, I didn't choose football. Ah, okay. Fußball hat dich ausgewählt, aber du hast Fußball nicht ausgewählt. Ja. Ich war eigentlich, ich will, ja, Abfahrt, Langlauf, alles machen, und dann war Fußball, ich war gut, und dann Fußball, ja, dann weißt du, so viel Zeit, so viel Zeit, so viel ich mache jetzt in der Akademie geworden, aber es ist keine Zeit, um an den Sport zu machen. Ah, okay. Gut. Aber vielleicht später wieder. Irgendwann. Ja, ja. Irgendwann. Ja. Schon die letzte Frage. Wir wollen Freddy nicht warten lassen, dass er gleich nochmal anruft. Morten, letzte Frage ist immer, was möchtest du den Unionern, den Fans, noch sagen, was ich dich nicht gefragt habe? Was? Is there anything you want to tell them? Ah, tell them that they didn't ask me. They didn't ask me. Nein, ich denke nicht. Ein bisschen mal in der Hängematte liegen und dann Spanien. Hängematte liegen, und dann Musik, und auch, ja. Vielleicht auch die Hymnen ein bisschen? Ja, Hymnen ein bisschen, und auch die Funk von, was ist der Name von Nina? Nina Hagen. Ja, Nina Hagen auch ein bisschen, ja, sie ist ein schöner Artist. Das habe ich auch vor Union gehört, um Nina Hagen, da war es auch, so, da war es eigentlich, wann ich hierher komme, mein Vater war so, ah ja, das ist Nina Hagen, das ist Sankt von Nina Hagen. Das ist auch schön. Nein. Ich denke, das ist alles. Das ist alles? Ja. Top, dann musst du jetzt noch ein Foto für unsere Fotowand machen. Okay. Foto für unsere Fotowand machen. Vielen Dank.